Man sollte meinen, dass Stillen in einem Park inzwischen eine Selbstverständlichkeit ist. Obwohl das Thema kontrovers diskutiert wird, wenn ein Säugling Hunger bekommt, sollte seine Mama den auch ohne Wenn und Aber stillen dürfen. Im Fall von Julia Cooper, 32, einer Designerin aus der Metropolregion Greater Manchester, fühlte sich niemand gestört, als sie ihre 9 Monate alte Tochter auf einer Bank an die Brust legte, eher das Gegenteil war der Fall. Spannerfotos von Stillen der Mutter und dem Baby Wie metro.co.uk berichtet, war die junge Mutter im April mit Freunden in einem Park unterwegs. Als ihr Töchterchen sich meldete, setzte sie sich zum Stillen auf eine Bank. So weit, so alltäglich. Ich war diskret, als ich sie fütterte, und ich denke, deshalb hat er ein Zoom-Objektiv angebracht, weil er möglichst eine Nahaufnahme von dem machen wollte, was vor sich ging. Wie bitte? Kein Zweifel. Julias Vermutung. Dass der gruselige Fotograf sich an den Fotos aufgeilen wollte, scheint naheliegend, zumal sie recht dick angezogen war und der Mann extra das Objektiv wechselte. Als die empörte Frau den Knipser zur Rede stellte, gab er die Fotos zu. Allerdings weigerte er sich, sie zu löschen und ließ sich auch von dem herbeigerufenen Parkwächter nicht umstimmen. Er berief sich auf sein Recht, in der Öffentlichkeit Fotos zu machen. Beweggründe des Mannes scheinen offensichtlich zu sein. Julia hat nicht gefragt, warum er sie aufgenommen hatte. Ich würde vermuten, dass es zur sexuellen Befriedigung war. Es war ein kalter Apriltag, und ich trug einen großen Mantel. Erst als er mich beim Stillen sah, beschloss er, seine Kamera herauszuholen. Ihr Fazit. Ich ging weg, ging nach Hause und war wirklich wütend und angewidert. Als sie den Spanner bei der Polizei anzeigen wollte, musste sie erfahren, dass Fotos von Menschen in der Öffentlichkeit nicht verboten sind. Und auch wenn der Beamte ihre Empörung verstand, wer in der Öffentlichkeit stillt, darf keine Privatsphäre geltend machen. Es ist erst ein Sexualdelikt, so metro.co.uk, wenn bewusst sonst verhüllte nackte Körperteile fotografiert werden. Aber auch dieser Voyeurism Offenses Act von 2019 greift nicht, weil es hierbei um Körperteile unterhalb der Taille geht. mit dem Entspannende Mit 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 Vielen Dank.